Moin meine lieben Mutzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe, heute Mario Kart auf dem Samstag. Pana da vorne, ne? Oh, Rote am Arsch. Hey, das war alles so schön. Moment, ich will auch ein Stern, irgendwas. Freunde, nicht eine Rote, bitte nicht, ich will sie nicht. Die Milf rennt hier einmal kurz ins Bild. Freunde, alle Hashtag Milf jetzt in die Kommentare. Sie stört einfach mal ganz direkt die Aufnahme. Guck, das meinte ich. Ich bin Siebter, Dicker. Ja, bringt Feierhoppen nichts, hm? Oder warte mal, auf Kampf, hier, pass auf. Oh, 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 Dicker, habt ihr das gesehen? Ey, ich war Siebter. Buh, 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 duf, ich, duf, duf, ich, duf, ich, duf, guck mal, er hupt hier schon. Geil, Freunde, das war nice. Das ist krass, Freunde, bei der Nintendo Switch, ich hab's ja getestet, ich hab ja auch mein Haupt. Ey, nein, du Hurensohn, ich nehm, du wärst niemals bei mir moderieren auf Twitch. Ey, ich nehm dich sau. Freunde, Videobeschreibung, alles entnommen wir gerade, ich schwör's dir. Du Hurensohn, Dicker, ich nehm dich so auseinander. Ich bin jetzt ein Geist, ich feste dich, Dicker, ich schwör's dir. Ich bin auch ein Geist jetzt. Ja, warte mal. Ich bin bestimmt erster. Ja, uh, ich bin erster, Dicker, was ist denn, hast du ein Problem, Momo? Ja, hallo, Momo, warte, ich hör dich gerade nicht, einen Moment, einen Moment, vielleicht höre ich dich dann, warte. Ne, kein Momo in Sicht, Freunde, ich weiß auch gar nicht mehr, ob er noch in der Videobeschreibung verlinkt ist. Äh, du müsstest mal nachsehen, ja. Ja. Gesundheit. Oh, was ist denn los? Ja, das ist der Erfolgs-Nieserei jetzt hier, also, weil ich gleich gewinnen werde. Ein Moment. Ah, hey, ich hab dich getroffen. Ich hab dich getroffen. Hey, du Hurensohn, ich nehm dich, ich guck. Heftiger Typ, Dicker, was war das denn? Boom, pass auf, krieg ich ihn. Und, oh, nice berechnet. Und, äh, Digga, richtig auf Aiming gerade. Mario Kart, Aiming, Freunde. Oh, Momo hat einen abgekriegt, warte mal. Kriegst du den? Ja, gefällt. You like that? You like that? Ah, hab ich wieder einen, nein. Digga, ich hab ne Zufallsgrüne abbekommen. Ich bin ein Sohn des Hundes, Digga. Bist du dumm? Oh. Oh, Aua. Ey, nein. Ja, er ist da reingefallen. Ich auch. Nein, Digga. Ätzende Scheiße, Digga. Guck mal, er haut sich extra nach hinten. Ah, 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 ja. Hör auf, ah. Jetzt komm weg hier, Alter. Scheiße, Digga. Oh, ja. Scheiße. Aber bin ich nicht letzter, meine Damen und Herren? Mark? Nein. Nein. Äh, oh, Holy. Hey, habt ihr das gesehen? Oh, heftig. Digga. Das war der Wahnsinn gerade. Ich hab einen Olli gemacht, Digga. Richtig Bob. Geiles Ding, Alter. Ah. Dritter, warum? Ach, war das deine Bombe, ja? Das ist doch meine Achte, ja. Bist du der Ossi-Bomber, ja? Hä? Gefällt dir das? Ja. Ein schöner Blitz. Ach, das ist doch der Momo hier, oder? Bob, wolltest du überfahren, ja? Ah, ich krieg's ja. Nee. Ja, Freunde, noch zweiter geworden. Heftiger Typ, Digga. Es wird spannend, Freunde. Hashtag Spannung in die Kommentare. Ja. Gibt mir doch was Anständiges. Was soll ich mit dem Geist? Attackieren. Vielleicht erschreckt sich ja jemand. Das ist ja... Ey. Ey, diese scheißverschessene Scheißpflanze. Ey. Mann. Ah. Komm, gib mir eine Rakete. Ey, ich hab keine Kiste. Ich krieg's nicht raus. Ich krieg's nicht raus. Ey, was soll das, Mann? Keine Kiste. Ey, komm mal. Ey. Ah, Mann. Ja, schon wieder ein Pilz, Digga. Was soll der Scheiß? Jetzt hab ich eine Rakete, Digga. Haut rein. Du bist so ein Huren. Das braucht was Gutes, Alter. Digga, schon wieder eine Münze und fickt deinen Vater. Hey. Das musst du halt nicht reinziehen. Du kriegst eine Rote als erstes, Digga. Was ist... Nee, Digga. Das Spiel ist so sinnlos, Digga. Das Spiel ist so sinnlos, Digga. Boah, ich bin gerade so konzentriert, Alter. Ja, hab ich ihn gefistet. Habt ihr das gesehen, Digga. Ja, Mario Kart Counter-Strike nenn ich das hier, Digga. Bam. Ah, Digga. Ah, Mann. Ich bin ein scheiß Geist, Alter. Gefickt. Ja. Gefickt. Ach, mein Schwanz hatte ich in der Hand. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Oh, oh. Ja, Fick ihn. Ah. Ah. Hä? Warst du das? Nee. Okay. Ja, ich hab ihn mitgeschnäupt. Aua. Digga, ich fahr gleich vorbei, der Hurensohn, Digga. Der stand bei mir im Flur gerade und hat den Fuß zwischen die Tür gesetzt. Oh, süß. Nee, mal im Ernst, Digga. Soll ich gleich vorbeikommen, Digga? Ich fahr dahin, Digga. Ich find das echt nicht lustig von dem. Ach, ich find's witzig, Digga. Ich boxe ihn weg. Ich schwör. So ne Schwasten kann ich ab, Digga, weißt du. Machen auch Fälle da. Ein auf, ich setz mich für meine Freundin ein, die Mistfotze, weißt du. Ich denk dann, wer er ist, Digga. Ja, setzt er seinen Fuß da in deine Tür, Digga. Gleich den Fuß mit der Achse abhacken, der Hurensohn. Ey, wir kriegen nur eine Grüne. Was soll das? Oh, alter Momo. Ja. Ja. Trotz drei Grüne, Digga. Geiles Ding. Gefällt dir das? Nee. Oh, oh. Oh, ja, endlich eine Grüne. Boom. Warte mal, vielleicht Sniper geht's. Ja. Du Ratsch. Nice, Digga. Was für ein geiler Shot. Profi, Profi. Genau hinter dir. Ja. Weggefickt hab ich dich. Du wär für dich, Bruder. Ey. An der Pflanze, Aua. Komm, wir sind alle auf dem Ofen. Komm schon, hier. Oh, hier. Oh, hier. Oh, nein. Ja. 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 Oh, der die F. Scheiße, Alter. Oh, ei, 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 ei. Nein. Mann, ihr Fickfotzen. Äh, äh. Guck dir die Müllscheiße an. Guck dir die... Echt, das ist so ein Müll, Alter. So ein... Ein Scheiß, Alter. Echt. Noch nie so eine Müllflöre gesehen. Seit langem nicht mehr. Noch nie so eine Müllfotzen. Und er freut sich schon wieder und macht den Arm. So, er ist Sechster und er kriegt Minuspunkte. So, meine Freunde. Das war das Video für heute. Drecks. Ja, ich hab noch nie so eine Drecksscheiße erlebt. Das ist seit neuestem aus meinem Mario Kart. So, in der dritten Runde werde ich immer auseinandergenommen. Und in der dritten Runde bin ich dann immer noch erster ganz weit. Es passiert jedes Mal. Das macht gar keinen Sinn mehr, Digga. So, ich bin raus. Abonniert Momo. Sein Scheiß-Hurensohn-Link ist in der Video-Beschreibung. Ah! Eeeeh! Oh. Oh, ich hätt den doch fast überholt. Ah, jedenfalls war er in Huatheun, hey! Sehr entspannt. Sehr entspannt. War gut. Oh, Uwe. Sechster? Digga, ich hatte zuviel vom Fotzengeruch, Lippe-hochitzungen, Geruch kam in den Kopf. Alles war発denker.